Heute sind wir bei dem Huferstaudamm. Östlich von Las Vegas liegt dieses beeindruckende Bauwerk. Wenn man unterwegs ist nach Flextev oder die Grand Canyon Tour, muss man hier unbedingt anpassen. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 gerade haben wir den Staudamm von oben gesehen jetzt nochmal ein Blick von der anderen Seite also ich habe hier nur 37 Grad aber das war wirklich so, dass wir direkt da hast du nur geguckt, die Kinder haben die Straße die Straße lassen dann oder? dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020